Ich will laufen durch die Stadt Habt ihr denn grundsätzlich Bock zu laufen? Also es sind 100 Ladies, die heute an den Start gehen. Von der Deutschen Post wohl gemerkt. Insgesamt sind es über 3000 Leute. Der Media Park hier in Könne, der ist also gelb. Meine lieben Ladies von der Deutschen Post. Gleich ist es Zeit für euer Mannschaftsfoto. Meine Uhr sagt in vier Minuten noch ist, ihr kennt sie vielleicht von YouTube. Wenn ihr mal ein paar schöne Fitnessvideos euch anschauen wollt, fit werden wollt, ein paar Gesundheitstipps haben wollt, ein paar Rezeptideen haben wollt, dann klickt euch da ein. Die Linda, die verrät euch das. Immer, jeden Tag. Also es gibt eigentlich jede Woche noch ein paar neue Videos. Bleibt da am Ball. Verlinkt euch mit der Linda auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Grundsätzlich Bock zu laufen! Okay, wir arbeiten uns so langsam vor. Gleich gibt es das Warm Up. Nach vorne und mit Lucy mit der Startnummer 1, die natürlich gleich auch an den Start gehen wird. Oh, ich habe ein Mikro. Du hast ein Mikro behältet. Mein Mikro ist... Du darfst schon... Höchste ist natürlich herzlich willkommen. Wir werden jetzt ein bisschen die Schulter, denn die braucht man zum Laufen, auch mit Versuch, nach vorne und nach hinten wirklich die Arme zu nehmen, um schön die Schulter aufzuwerfen. Und wir fregeln jetzt! Ja, wir laufen, laufen, laufen durch die Stein. Ich möchte alle wieder so stehen! Und hier nach vorne auch! Laufen, laufen, laufen durch die Stein. Wir nehmen jetzt noch richtig neben und den nächsten an! Und hoch! Und hoch! Und hoch! Und weiter! Ich habe auch so irgendwie heute das Gefühl, dass das ein schöner Tag wird! Was sagt euer Gefühl? Wird das? Zwei! Eins! Let's go! Viel Spaß! Das ist er also gewesen! Der Startschuss zum großen Auftakt des deutschen Parts! Zwei! 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 fertig. Das Tabletchen ist fertig und der Papa geht jetzt mal raus. Das Licht ist ganz schlecht. Grillmeister. Grillmeister. Voll gerne. Voll gerne. So ihr Süßen, ich mache gerade einen Salat fertig. Wir grillen jetzt und der besteht aus der Hälfte Avocado, also die restliche Hälfte von heute Morgen. Dann Melone, einen Apfel, meine Salate sind zu bunt wie das Leben und ein bisschen Balsamico, ein bisschen Zitrone, hier Balsamico und ein bisschen Olivenöl, Pfeffersalz und so weiter, ihr wisst schon. So, und jetzt gehe ich mal raus, weil der Papa, der Papa, der grillt heute. Yes, wir machen wieder Steaks und Würstchen und ein Baguette habe ich schon fertig, ein Quartal Baguette. Ja, und heute war natürlich ein etwas anstrengender Tag, weil gestern war ich ja auch im Brings-Konzert. Ich habe nicht lange, ich habe mich viel geschlafen. Heute war der Deutsche Post Ladies Run und ich bin jetzt ein bisschen müde. Wir hatten auch noch Besuch da und so weiter und es war alles wunderwunderschön und jetzt habe ich Hunger. Los geht's! So, hier ist er. Der Papa mit seinem schönen Grill. Hallo Papa! Hi! Da hat der Noah heute sich ein Stirnband beim Deutschen Post Ladies Run abgestaubt und seitdem hat er wieder so ein Powerarmband und er trugt immer drauf und dann, keine Ahnung, er schießt immer irgendwas ab. Das ist so irre. Diese Hortense kommt jetzt endlich mal raus und, ach Leute, ganz ehrlich, ich liebe diese Fatboy-Hängematte. Die ist so einfach nur schön und, was ist los Noah? Alles okay? Alles okay, ja? Hast du Hunger? Okay. Na komm, dann setz dich schon mal hin. Boah, es ist ganz schön heiß, wenn man das Ding hier aufmacht mit der Schwede. Ja, wie viel Grat hast du denn da jetzt? 250. Ja, und so sieht das bei uns abends in letzter Zeit immer aus. Wir grillen täglich. Dazu gibt es immer ein Baguette. Meistens ein Salat für uns. Baguette liegt ja in Nordtotal. Und? Die Super Gigastakes. Hast du gut gemacht. Ja. Und die Brüste? Sind die schon fertig? Nein, die habe ich etwas später drauf gemacht. Okay. Mama! Ja? Komm schnell! Mama! Ein Ballon! Komm schon. Komm schon, Mama. Oh, Noah, guck mal, da vorne. Ein Heißluftballon. Siehst du ihn? Wieder? Jetzt gehst du gleich weg. Das ist ein Heißluftballon, Noah. Ja, Papa! Guck mal! Da oben! Papa! Wowi! Ich sehe ja die Leute sogar von hier aus. Ist der weg? Nee, da vorne ist der noch. Guck mal. Der kommt immer näher. Guck mal, jetzt, jetzt, jetzt. Komm her. Komm her, komm her. Siehst du das? Der ist aber so niedrig. Wo landet der denn hier? Da. Äh. 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 Gürtel. Hast du gesehen? Ja, habe ich. Cool. So, Steaks auf die Teller. Wer kommt denn jetzt? So, die Mama hat auch einen schönen Salat gemacht. Ja, einen Salat! Ja. Okay, jetzt essen. Möchtest du noch Senf haben? Okay, Mama. Gib, 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 gib. Ich muss alleine. Machst du alleine? Okay, Mama. Machst du das? Kann nicht. Machst du das alleine? Nein. Hier, Papa. Hier, Papa. Hier, Papa. Hast du eine Roboter? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe meinen Simpfab. Ja, schön. Dann kannst du jetzt essen, Hermini. Das ist aber viel zu schmerzen. Und dutsch rein und ham. Ham, ham, ham. Ist das lecker? Ja. Gut. Ist das heiß? Nein? Kannst du was essen, ja? Okay. Gut, Papa, dann die Steaks, please. Ist das lecker? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017